hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medieval dynasty ich habe schon wieder das material für die lampe vergessen naja und teppiche teppiche auch so zum einen haben wir jetzt aber natürlich ein bisschen deko zeugs dabei so okay kann man nennen sollte man nicht miteinander so dann packen wir mal das brennholz da rein packen wir mal das brennholz da rein zwei habe ich noch das passt sehr schön was haben wir noch die bettige natürlich und bei der packen wir doch immer wieder was in die kiste da liegt die ungünstig packen wir so mal da aufs bett zack so schöpf kölle können wir mal hier oben drauf legen ups ups und tonkrug gut gefangen aber das sollte eigentlich nicht So, die auch noch. Nein, du doch nicht. So. Der Wein natürlich. Nein, 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 nein. Nicht die Bettdecke greifen. Hm, hm, hm. So, sehr schön. Da haben wir noch was, wo wir was hin tun. Da könnten wir mal so ein Holzrägchen hinmachen. So, müssen wir mal gucken, was wir da noch hinmachen können. Dabei habe ich gerade nichts. Äh. Dann brauchen wir hier noch Bretter. Können wir mal den Zaun noch weitermachen. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir den Wasserbottich hinstellen könnten. Dann haben wir hier irgendwie sogar keinen Platz für, ne? Aber ich wollte noch die Tür ausgetauscht haben. Naja, egal. Hol mal noch mehr Material. Deswegen hatte ich auch noch Eisen und Holzstämme im... ...Dings. Stimmt. Holen wir noch mal ein paar Bretter. Hier irgendwas dabei, was ich nicht brauche, ne? Das brauchen wir. Holzstämme brauche ich eher noch mehr. So, und Bretter. So. Gucken wir mal. Pelze brauchen wir dann noch. Und die Lampen wollte ich immer noch reinmachen. Da müssen wir gleich noch mal gucken. Was brauche ich dafür eigentlich? Leder, Leingarn, das weiß ich. Und ein Himmeli hätte ich gerne. So, da würde ich gerne die Tür hinmachen. Die gefällt mir ganz gut. Ähm. Abba la. Vier Leder, vier Leingarn, vier Stücke. Und bei den Himmels brauchen wir Stroh, Leingarn und diverse Blümchen. Also vier Leder, vier Leingarn, vier Stücke. Gut. Dann gucken wir gleich mal. Zwei Lampen würde ich reinmachen. Das heißt, acht Leder, acht Leingarn, acht Stücke. Dann brauchen wir noch was für die Fackel. So, die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Davon brauchen wir auch weniger. Zwei behalte ich. Da will ich noch eine Bank draus machen. So, vier Leder, vier Leingarn für Stücke. Leder, kein Problem. Ne, acht brauchen wir, ne? Acht Leingarn. Und dann brauche ich noch zwei für eine Fackel. Macht zehn. Achso, wir brauchen noch Leingarn für Himmlies. Ich nehme mal mehr mit. Nehme auch noch ein bisschen mehr Leder mit. Und Stücke. Nehme auch mal ein paar mehr mit. So, Stroh brauchen wir einiges. Ich weiß gerade nicht, wie viel. Und dann brauchen wir Pflanzen. Pilsenkraut, je nachdem. Distel, je nachdem. Ich weiß gerade gar nicht, was da alles genau drin ist in den Himmlies. Gänseblümchen, nehmen wir mal welche mit. Johanniskraut, nehmen wir mal welche. Nehmen wir mal von jeder Pflanze was mit. Außer Breitwegericht, der ist definitiv nicht drin. Alle anderen möglicherweise schon. Tollkirsche, Wegwarte. Sollten wir alles haben, ne? Bretter. Ich brauche noch Bretter. Ich habe noch 16 Kilo. Machen wir 20 draus. So, Licht brauchen wir mal. Hier würde ich eins hinmachen. Das ist nicht der Platz. Und er sollte eh eins hin. Das passt. Dann ist das hier der Platz, oder? Ne. Der hier ist es. Sehr gut. Das ist ganz hübsch. Und hier könnten wir auch noch eins hinmachen. Das ist dann der hier, ne? Ähm. Oh. 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 Schön. Die haben wir auch. Jetzt haben wir da noch Licht. Dann brauchen wir noch Teppich. Und eine Bank wollte ich davor machen. Betonung. Ja. Wollte. Ich glaube, ich kann hier gar keine hinmachen, oder? Mal zu uneben. Zu uneben. Von dem her ist der Bauplatz nicht so geschickt ausgesucht. Hier geht. Hoppala. Ja. Hier ist auch okay. Haben wir einen Platz neben unserem Dings, wo wir uns hinsetzen können. Wenn wir denn wollen. Wir brauchen noch ein paar Stöcke. Äh. Ein paar Bretter. Und, ähm, auch wichtig, ähm, Pelz. Dass ich die Teppiche reinmachen kann. Nehmen wir jetzt mit. So, das kann weg, 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 die Gänseblümchen können weg, die Wegwarte kann weg. Leder brauchen wir nicht mehr. Leder brauchen wir nicht mehr, Leingarn nicht mehr, Stöcke nicht mehr, Stroh nicht mehr. Dafür brauchen wir Pelz. Haben wir auch genug. Ja, nehmen wir mal erst mal den Pelz. Machen die Teppiche und dann nehmen wir Bretter mit. Oh, und ich muss bei mir mal was trinken und essen. Die Fackel habe ich vergessen. Die wollte ich ja auch noch machen. So. Dort. Würde ich so einen Ziegenfellteppich machen. Dort. Ein Wolfsteppich. Dort machen wir den Bärenfellteppich. Auch nochmal ein Bärenfell. So. Sehr gut. Bringen wir die auch weg. Dann nehmen wir noch einen Stock. Drei Steine. Zwei Leing... Ne, ein Leingarn. Ein Leingewebe. Stimmt, das waren die Dinge, die wir für die Fackel brauchten. So. Ein Leingarn. Ein Leingewebe. Ein Leingarn. Und dreimal Stein. Das brauchen wir für die Fackel. Und dann nehmen wir noch Bretter mit. Können wir noch 40 Stücken mitnehmen. So. Sehr gut. Und dann machen wir die Zäune hier mal weiter. Vielleicht kriegen wir sie fertig. Also heute eigentlich sollten wir auf jeden Fall fertig kriegen. So viele sind es ja dann auch nicht mehr. Was trinken muss ich immer noch. Terraforming. Das ist auch noch was, was so fehlt hier. Dass man ein bisschen die... Das Gelände umbauen kann. Aber... Ja. Ist halt so. Geht nicht. So. Vier... Acht... Zwölf Bretter brauchen wir noch. Hallo. Zwölf Bretter brauchen wir noch. Dann haben wir so mal den ersten Teil fertig. Zwölf Bretter. So. Ich glaube mit dem Wasser kann Dingsbräuch gar nicht anfangen. Und wir haben direkt den See vor dem... Oder hinter dem Haus. Fürs Wasserbehältnis ist das hier zu uneben. Da wäre also schön, wenn man so Plattformen bauen könnte. Wie sowas da und dort dann halt die Sachen drauf stellt. Aber, ja. Vielleicht kommt sowas mal irgendwann noch. Wer weiß. So. Wir haben... 16 Uhr. Ich bin überlegen, ob wir gerade noch ein Reh jagen gehen. Dass wir vielleicht noch einen Schädel kriegen. Oder zwei. Das wäre noch eine Option, oder? Und wir müssen immer noch was trinken. Dann schauen wir mal, was wir so finden. Schon länger kein Reh mehr gejagt. Ich meine, der Xabor muss eh skillen in allen Bereichen. Von dem her... Das ist kein Reh. Das ist ein Pferd. Ich weiß nicht, ob man das erschießen kann. Aber ich würde es nicht wollen. Nicht tun wollen. Oh, da ist Handelsware ausgegangen. Da gucken wir gleich mal nach. Was fehlt dir denn? Hölzerne Fiole. Produzieren wir da gar keine mehr? Es sind da noch mehr die Hölzerne Fiolen verkaufen. Also haben wir nur den zwei Rohstoffe? Okay. Okay, äh, jagen. Ich weiß, dass hier irgendwo Rehe unterwegs sind. Normalerweise jedenfalls. Da. Hm, hm, hm. Gucken wir mal. Ein Hirschschädel, sehr schön. Einen haben wir. Ich hätte wohl gerne noch einen zweiten. Und ja, auch Hirschkühe können hier die Hirschschädel geben. War zumindest anfangs so. Wo das reinkam mit den... Das war jetzt keiner. Aber so generell können sie es. Oder konnten sie es. Schau mal, ob das immer noch der Fall ist. Ob wir stinken. Das ist kein Hirschschädel. Das Bilsenkraut nimmt man natürlich auch direkt mit. Hm, hm, hm. Kein Hirschschädel. Wie schaut's hier aus? Ich höre noch einen Hirsch. Hirschschädel, da haben wir doch einen. Sehr gut. Sag ja, Hirschkühe können das auch. Hätte so eigentlich Sinn gemacht, wenn es nur die Hirsche, die Hirsche selber können, nicht die Hirschkühe auch, aber gut. Es hätte jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein können, das zu programmieren. Weil man unterscheidet ja zwischen Hirschkuh und Hirsch. Da hätte man natürlich auch theoretisch das so machen können, dass Hirsche das können und Hirschkühe halt nicht. Aber egal. Hauptsache, wir haben jetzt mal unsere Schädel, die wir brauchen. Das ist gar keine Tollkirsche. Die Beeren sammeln wir jetzt nicht, aber die Tollkirsche würde ich mitnehmen. Zumindest die, die ich so sehe. Da oben. Ja, bald geht's jetzt in den Sommer, ne? Neues Level überleben. Sehr gut. Hab ich die Tollkirsche hier noch gar nicht gesammelt, ne? Fällt mir gerade so ein. Aber jetzt hat es Zeit, dass wir das tun. Da oben habe ich jetzt, glaube ich, die Zweige und nicht die Tollkirsche gesammelt, ne? So. Da müssen wir lang. So, sehr schön. Ja, auf den Koop bin ich übrigens nochmal sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn der dann kommt. Jetzt gucken wir mal, was wir alles hier ablegen können. Das Leder brauche ich nicht. Den Stein brauche ich nicht. Die Stöcke brauche ich nicht. Das Bülsenkraut brauchen wir nicht. Die Tollkirschen brauchen wir nicht im Inventar, sagen wir mal so. Mal gucken, ob es jetzt tatsächlich das Nächste, was kommt. Jetzt habe ich einen Eimer dabei. Ach, den Eimer, den wollte ich ins Haus stellen. Das war's. Stimmt ja. Ja, um zum Koop zurückzukommen, das ist also tatsächlich das Nächste, was jetzt kommen soll. Ähm, die Roadmap hat sich dahingehend geändert. Und, ähm... Und, ähm... Ja, dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wann er kommt. Und, vor allen Dingen, wie der dann wird. Wann er kommt und wie er wird. So, was wollte ich auch so, der Hirschschädel wollte ich noch. Ich wusste doch, irgendwas war da noch. Machen wir das mal dahin. So, ja, und dann würde ich sagen, auf. Auf in den Sommer. Und im Sommer sollten wir eigentlich... Jetzt haben wir übrigens auch Licht. Herrlich. Licht und die Himmelis, das gefällt mir. So, und im Sommer sollten wir dann theoretisch schon mal die ersten 18-jährigen Mädels haben. Schauen wir mal. So, schlafen bis zur nächsten Jahreszeit. So, im ganzen Land hat sich die Nachricht verbreitet, dass zwischen unserem Nachbarreich und dessen Feinden ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist. Hoffen wir, dass sie da nicht mit hineingezogen werden. Das könnte die Preise einiger Waren steigen lassen. Arme Schweine. Machen wir mal zwei. Folgen deiner Entscheidung, Dorfbewohner verloren Einstimmung. Ein 1 geht, okay. So, und wir haben Sommer, ein wunderschönen Herbsttag. Müssen wir natürlich gleich mal ein bisschen koordinieren. Ah ja, Fertigkeiten haben wir was dazu gewonnen. Überlebenskenntnisse machen wir mal. So. Achso, ich habe noch mehr Punkte. Noch einen. Unempfindlich. Bessere Temperaturtoleranz. Überlebenskünstler. Weniger Schaden erleiden. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. So. Verwaltung. Fangen wir mal mit der Bauhütte an. Die kann jetzt natürlich loslegen. Ich habe schon ganz schön viele Gebäude. Aber jetzt haben wir alle ausgewählt. Okay. Teil 1. Dann Kräuterhütte. Die können jetzt keine Bären mehr sammeln. Keine Gänseblümchen. Kein Löwenzahn mehr. Keine Distel mehr. Und kein Bilsenkraut mehr. Aber dafür Pilze. Das dürfen sie jetzt auch. Also machen wir mal erstmal überall 10. Und dann gucken wir mal, wo wir mehr sammeln. Sofern wir da überhaupt noch was haben, wo wir mehr sammeln können. Ah, doch, haben wir. Okay. Vier noch. Machen wir es mal so. So, und die Kräuterhütte natürlich genauso. Keine Bären mehr. Keine Gänseblümchen mehr. Muss mal gucken, was man so schenken eigentlich machen. Macht die eine Saft. Nicht, dass das gar nicht eingestellt ist. Und auch du darfst hier natürlich Pilze sammeln. Da machen wir dann von oben her die 15%. Sodass es sich einigermaßen vielleicht ein bisschen ausgleicht. So, den haben wir auch. Schenke. Die müsste Saft machen. Beerensaft, Apfelsaft, Keirschsaft, Beerensaft, Pflaumensaft, Met. Okay, passt. Haben wir alles. Wird alles produziert. Da war ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das noch so eingestellt ist. Dann als nächstes erstmal gucken. Die ist 14, hat keinen Job. Die Guzimira. Die müsste Landwirtschaft oder Gewinnungskillen. Haben wir Landwirtschaft was? Feldschuppen. Feldschuppen ist voll, aber die Scheune dürfte noch Platz haben. Glaube ich. Jawohl. Die hat Platz in der Scheune gefunden. Wilhelm Oswald. Er ist nicht neu geboren. So, haben wir 18-Jährige außer mich? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Baldwiner wird jetzt demnächst 18. Da müssen wir gerade mal gucken. Die könnte vom Marktstand entweder in Gewinnung oder sinnvollerweise in Überleben. Wer ist denn der Kräuterkundler? Dann nehmen wir die Filiberta da mal raus. Dann kann die, die kann mal in, äh, in Gewinnung könnten wir die stecken. Oder in Landwirtschaft. Kann den Eselstall mit rein. Dann bald Wiener. Genau, die brauchen nämlich, die kann dann jetzt in die Kräuterhütte. Marktstand für Kräuter, hat sie Kräuter ja schon kennengelernt. Kräuterhütte. So. Sie ist Fischer, das ist okay. Das passt, das passt, das ist okay. Das ist okay, das auch, das auch. Du müsstest auch mal noch irgendwann da, aber das ist auch okay. Okay, jetzt Sipraff könnte, den stecken wir vielleicht mal in die Gewinnung. Wo haben wir denn hier Gewinnung? Gewinnung oder Landwirtschaft? Du kannst hier mit in die Mine. So, das ist okay. Du könntest eher jetzt mit in die Landwirtschaft. Oder kannst du mal in den Kuhstall. So, Evalda. Wow, die ist auf einer 10. Die kann auch Gewinnung, Jagd. Irgendwas anderes jedenfalls. Gewinnung oder Jagd. Jagdhütten haben wir auch Platz, sehr gut. Sie könnte Landwirtschaft oder Gewinnung, die Hermine Gilda. Dann packe ich die auch mal in den Schafstall mit. Das wird eine Schäferin. Pferch ist das, ne? Pferch, genau. So, das ist okay. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist völlig okay. Das ist okay. Sehr gut. Okay, sonst... Haben wir, glaube ich, alles, ne? Da können wir gerade mal gucken, ob neue Tiere gekommen sind. Oh, der alte Eber ist verstorben. Schafe. Es ist kein neues hinzugekommen. Ziegen, auch nicht. Rinder, ebenfalls nicht. Da war kein Stier mehr, wenn der stirbt, ne? Aber egal, da müssen wir einen neuen kaufen eben. So. Das passt soweit. Okay, damit sage ich dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denn die Folge ist jetzt tatsächlich zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.